Es geht heute in die LGBTI. Seid alle herzlich willkommen in der Hose, um die Hose herum, alle Aktivitäten, die die Hose setzt. Es wird, es ist nicht besser, es wird besser. Traut euch, kommt hervor, kommt aus dem Nichts heraus. Ich bin nicht schon lange bei der Hose. Und es ist eine Community, die sich den Anschluss lohnt. Ich zum Beispiel habe lange ohne Mitgliedschaft gearbeitet, nur bis ich da gesagt habe, Leute, so kann es nicht weitergehen. Ich bin Frau und bewusst Frau heute. Und ich habe lebenslänglich. Ich freue mich, dass ich lebenslänglich habe. Ich werde bis zu meiner lebenslänglichen Frau sein dürfen. Und mein Werdegang, kommt einfach in die Hose, hört es euch an. Es wird besser. Ich werde bis zu meiner lebenslänglichen Frau sein dürfen.